Red Bull-Gründer Dietrich Mateschitz im Alter von 78 Jahren verstorben. Traurige Nachricht aus Österreich. Dietrich Mateschitz, Gründer des Energy Drink Herstellers Red Bull, ist nach langer und schwerer Krankheit verstorben. Die Red Bull-Familie trägt Trauerflor. Unternehmensgründer und Oberbulle Dietrich Mateschitz ist tot. Der Österreicher ist am Samstag nach monatelanger Krankheit, angeblich Bauchspeicheldrüsenkrebs, im Alter von 78 Jahren verstorben. Geheimnis war der Gesundheitszustand von Mateschitz schon seit Monaten keins mehr. Aufmerksamen Beobachtern war aufgefallen, dass er bei Events wie dem Grand Prix von Österreich oder auch wichtigen Fußballspielen von Red Bull Salzburg nicht mehr auf TV-Bildern zu sehen war. Doch in der Öffentlichkeit wurde das nicht thematisiert. Auch aus Respekt der Medien gegenüber dem österreichischen Unternehmer. Mateschitz galt als medienscheu, gab selten Interviews und wenn, dann nur handverlesenen Journalisten und legte größten Wert auf seine Privatsphäre. Anders als bei anderen Milliardären finden sich über sein Privatleben kaum Informationen im Internet. Mateschitz wurde am 20. Mai 1944 in St. Marijn im Mürztal, unweit des späteren Red Bull Rings, geboren. 1984, er war damals im Marketing des Zahnpasta-Herstellers Blendax tätig, gründete er gemeinsam mit der thailändischen Unternehmerfamilie Jovida Red Bull. Die Jovidas hielten 51%, Mateschitz 49%. Der Legende nach soll Mateschitz 1982 auf einer Dienstreise für Blendax nach Südostasien auf das taurinhaltige Getränk Krating Daeng, frei übersetzt in etwa Roter Bulle, gestoßen sein. Mateschitz erwarb die Lizenzrechte für das Getränk von Chaleo Jovida, verstorben 2012, sowie dessen Sohn Chalerm, die Krating Daeng 1975 auf den Markt gebracht hatten. Mit der Formel 1 kam Mateschitz erstmals Mitte der 1980er Jahre in Berührung, als er den österreichischen Rennfahrer Gerd Berger als erstes Red Bull-Testimonial aus dem Sport für sich gewinnen konnte. 1995 stieg Red Bull als Sponsor und Teilhaber des Schweizer Sauberteams im größeren Stil in die Formel 1 ein. Bevor 2004 Jaguar, heute Red Bull Racing, und 2005 Minardi, heute Scuderia Alpha Tauri, übernommen wurden, baute Helmut Marko in Mateschitz Auftrag das Red Bull Junior Team auf, aus dem unzählige Profikarrieren entstanden sind. Darunter auch jene von Sebastian Vettel, Formel 1 Weltmeister 2010 bis 2013, und Max Verstappen, Weltmeister 2021 und 2022. Dr. Marko und Dietrich Mateschitz verband eine jahrzehntelange Freundschaft. Den Kollegen von Sky Deutschland sagte er, wir wussten, dass er in einem sehr schwierigen gesundheitlichen Zustand war. Trotzdem, nachdem es jetzt eingetreten ist, ist es für uns alle unfassbar, dass so eine große Persönlichkeit jetzt doch so früh abtreten musste. Vor kurzem hat ihn Max Verstappen am Wolfgangsee besucht. Er hat sich wahnsinnig gefreut über den zweiten WM-Titel. Jetzt schauen wir, dass wir zu seinen Ehren dieses Wochenende auch noch den Konstrukteurstitel einfahren. Heute ist Red Bull mit zwei Teams, einer eigenen Rennstrecke, dem Red Bull Ring in Spielberg, einem TV-Sender, ServusTV als offizieller Broadcaster der Formel 1 in Österreich, und ab 2026 auch als eigener Power-Unit-Hersteller Red Bull Powertrains in Milton Keynes, einer der wichtigsten Player in der Königsklasse des Motorsports. 2010 wurde Mateschitz vom motorsporttotal.com mit dem Ehrenpreis für das Lebenswerk ausgezeichnet. Der Preis wurde jedoch nie persönlich an ihn verliehen, weil er der Auffassung war, dass lieber seine Sportler im öffentlichen Rampenlicht stehen sollten, als er selbst. Dies teilte er der Redaktion damals schriftlich mit. Mateschitz hinterlässt seinen Sohn Marc, der einer früheren Beziehung zu Anita Gerhater entspringt, und seine langjährige Lebensgefährtin Marion Feichtner. Anita Gerhater ist heute Chefin der Red Bull Stiftung Wings for Life, deren erklärtes Ziel es ist, Querschnittslähmung zu heilen.